Ja, da hat das Fräulein Greta schon recht. Wenn ich alle Staatsbesuche mit dem Flugzeug mache, dann hinterlasse ich einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck. Deswegen, weil ich nächste Woche in Israel erwartet werde, werde ich mit dem Zug hinfahren. Das steige ich heute ein. Und den niedrigsten CO2-Ausstoß hat man mit dem Regionalzug. Das ist auch eine Win-Win-Situation, weil der bleibt alle fünf Minuten stehen. Das heißt für mich Rauchpause. Haben alle was davon. So, wenn alles gut geht, bin ich heute Abend schon in Bruck an der Leiter.